Ich würde davor gerne ein Humus-Elementar rufen, nur zur Sicherheit. Hervorragend. Machst du das so, dass ich das mitkriege? Nein, natürlich nicht. Ich bin noch nicht blöd. Ich kann dir gerne einen Bescheidungskreis zur Verfügung stellen. Machst du das im Hafen? Ich würde das nicht auf dem Schiff machen, sondern ich würde halt im Hafen irgendwo, wo es Misthaufen. Viel Erde. Legit Misthaufen. Also ich wollte gerade sagen, weil alles andere ist ja auch aus Stein, also aus Stein abgedeckt. Misthaufen ist halt ein schlechtes Element, aber wäre Humus. Huronanger, gute saftige Graberde. Und innen drin noch das Skelett. Und dann war das ein Unter-Uter-Nessert. Und außenrum einfach nur um das Skelett, so eine Schicht an Erde und denkt sich, haha, Tag 23. Keiner weiß, dass ich ein Skelett bin. Es wäre schon super. Aber nein. Und alle Arten sind nur für so ein Erdmännchen.